Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Elite 19 auf der Felsbrunze. Schiebe ich es aktivieren, zack, 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 fällt es da, zurück. So, stoffen wir hier rein. Reite, passt, zurück, zack, 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 los gehts vom Weiner. Irgendwie bisschen leicht verschoben, aber passt, stimmt. Das ist die Hauptsache. So, da werden wir die letzten beiden Felder jetzt hoffentlich fertig kriegen. Dann haben wir drei Folgen angesät. Danke. So, dann werden wir den Spaß wieder düngen. Und dann, das wären wir weiter, was wir dann machen. Erstmal fertig ansehen und düngen. Erstmal die Hauptziele, die ich mir jetzt vorgenommen habe in dieser Folge. Dann müssen wir gucken, wie weit wir kommen. Das andere bleibt uns ja nichts übrig. So. Da haben wir sie schon wieder fertig, die beiden. Jetzt läuft es. Es wird warm drin, ich fange an mich rumbellen, das ist nun gut. So, weiter gehts. Die 21 haben wir ja fast zur Hälfte fertig, muss ich mal stark behaupten. Aber die 28, die muss noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein paar Meter machen. So. 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 so 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 schon wieder so 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 da so 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 und so k Ich weiß nicht warum. Ich brauche wahrscheinlich... Stärkeren, schneller, größere Maschinen. Geht das schneller. Mit der 3m Gurke bin ich wahrscheinlich langsam an der Grenze von dem was ich hier vor mir habe. So, fertig. Okay. Wenn der rüber fährt zum 28er Schöpfer bald ab. Kann mir nicht helfen. Da wirklich eine leichte Schräge liegt, die da raus geht. Jetzt los. So. Hast du fast geschafft. Den Zipfel haben wir vergessen. Wir müssen es nochmal wegzupfeln. Dann haben wir einen kleinen Zipfel vergessen. Das geht so nicht. Achja. So ist das mit dem Licht. So ist das mit dem Licht. So. So rum. So rum. Wenn wir mal hier. So rum. So rum. So rum. So rum. So rum. So rum. auch mal ein größeres Rinn ist mit dem Schlager hoch hier und den Bogen größer nehmen und schon klappt das auch war der Bogen zu eng gewählt dann kann das nicht klappen mit der Spur ansetzen die 28 hören wir gleich bloß mal wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende vom Ansehen so rum hier rum 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 löst jetzt als ruhig ja nach volunteer So, 2, 3, vielleicht noch die Handvollballen sind es noch, hier sind es noch, nach der noch 2 würde ich sagen. Gleich geschafft, gleich geschafft, gleich geschafft. Jetzt müssen wir hier aus die straßen näher des Bildhofs. Dann haben wir das Feld wirklich fertig. So hoch knapp die Hälfte. Wir kommen gut voran, würde ich sagen. So, hier im Gemüse rum. Das ist wohl ein bisschen holprig. So, die letzte Bahn auffällt. 0,20 jetzt. Da war es noch eins, oder ein halbes. So, gleich vorbei, und zwar jetzt. So, hier im Gemüse. Jetzt machen wir das Gas hier. Und machen wir die letzten Meter hier nach unten. So, das war eine Delle hier vom Feinsten. So, zack. Und das von der Hohenprinzzeigerung fällt. Und definier ich auch aus Katschgelungs. So, das ist wirklich eine Burgenwelle, die schreit zum Himmel hat. Da hat man mehr Power überlegt. So, und die nächste. So, das ist wirklich eine Bedeutung. So, das ist wirklich eine Bedeutung. So, das ist wirklich eine Bedeutung. So, also geht es jetzt zügig runter. So, sagt die Time. Gut. Der Folge ist vorbei. Und wir haben es gleich geschafft. Nur 5,5 Liter werden wir noch brauchen, denke ich mal, grob geschätzt. Das Düngen geht dann schneller, das abschließende Düngen. Die nächste wird der Oliefelter, steht auch die 6 Meter, das brauch ich auch einen anderen Schlepper. Dafür brauch ich einen Case Puma, das ist mein nächster einstreffender Schlepper, ein Mittelkurser. Der kostet mir halt 200.000 Euro. Aber der Trasher ist wichtiger, wenn ich jetzt hier an, na wohl 200.000 Euro plus die Sähmaschine kostet. Jetzt können wir gleich mal schauen, die ich 288 ständig haben will. Der 200.000 Euro schätze ich einen Schlepper ein. Das machen wir, was wir jetzt sparen müssen. Noch 4,5 Beine, dann haben wir es geschafft. Also mit der Atleten feilen wir es langsam zurück. Ich denke mal, es wird nicht die letzte Saison sein, wo wir mit dem Ding fahren. So, weiter geht's. 3 Bahnen noch, sieht gut aus. Wenn ich beim Springen richtig gesehen habe, sind es noch 3 Bahnen. 3,3 Kreuze machen, dann haben wir es nicht geschafft. 4,5 Beine, dann haben wir es geschafft. 4,5 Beine, dann haben wir es geschafft. Wir haben fertig. So, los gehts. Die letzte Wahl. Endspurt? Kalkal. Müsst ihr trotzdem mal sehen. So, jetzt lass mal hier oben noch ein Stück, wo es jemand nie gesät hatte, auf dem Schlinker hatte. Der war, hier ist er, da ist er. So, müsste es durchsehen. Hier haben wir alles, jetzt das Teil waschen und reparieren, sobald das Ding zum Durst haben, da ist es egal, wo jetzt hier dran stehen, passt das, so. Schwerer, der wird noch nicht gewaschen und repariert, erst mal, sicherlich, ach, gleich zu schnappisch, zack, haben wir, äh, so, 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 da muss ich hier mal ein bisschen entkiffen, sieht ja grauenhaft aus, das Teil, so, wieder wie bei, wie es ist, genau. So, schärmelnden Spaß. So, wenn du da jetzt nächst in die selben Zuppeln. So, wenn du da jetzt nächst, in die selten Zuppeln. Da haben wir auch noch ein bisschen Dünger. Das haben wir auch aufgebracht im Spaß. So haben wir auch noch ein paar Mal. So haben wir auch noch ein paar Mal. So, das ist die Barsche. Und das geht's. Ah, list. Was ist denn der hier? Ne, kommen wir noch in den Bereich von dem Feld. Hm, falsche Taste. Okay. So, das geht's. So, das geht's. So, das geht's. So, da sind die Streifen drin. So, da waren wir noch nicht auf der Spur. Da passt das eh. Da waren wir nicht ganz ausgerichtet. So, das geht's. So, da sind wir gerade ein bisschen seltsam. So, das möchte ich mal nicht richtig inhalt. Das ist ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob ich Versatz drin habe. Das ist da noch irgendwie. Aber da werden sie gesprach. Aber da werden sie gesprach. Da könnte. So. So. Beobachten wir das hier nochmal. Das ist passend am Snapsprong. Zentimeter, also ein paar Millimeter schon weg. So kann ich das vielleicht auf 20,8 oder so was machen. Das ist jetzt wieder die Schönheit. Noch ein bisschen Scheiß zu passen. So. So. Das war schon wieder. Mit dem Feld. So. Das war schon wieder. Hier passt es so. Bis jetzt. Ich habe wieder schief gefahren. So. Ne, hier passt es wieder nicht. So. Ich nehme mich einfach ein Stück runter. Dann passt es schon wieder. So. Wir kommen erst mal zum Ende für jede Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen nach. Ich bin raus. Ciao, ciao. So. So.